Hallo und herzlich willkommen! Heute erstelle ich mit euch eine Box für die kleinen Mini-Ritter-Sport-Schokoladen. Viel Spaß! Wir müssen uns dazu die Hilfslinien dahin ziehen, wo wir später auch uns die Box zeichnen wollen. Ich habe das jetzt oben auf 0 eine, also am oberen Rand, eine auf 55, dann haben wir schon die ersten 5,5 cm, die wir da brauchen. Dann dort, wo die Falslinien kommen, 1,5, hier wieder 5,5, das heißt von 70 auf 125, wieder 1,5 cm und jetzt müssen wir uns nochmal eine runterziehen für 5,5 cm. Das gleiche gilt jetzt für die Seiten. Da habe ich auf 50 angesetzt, das ließe ich besser rechnen. Da müssen wir jetzt 1 cm, ups, wieder richtig, da müssen wir jetzt 1 cm hinmachen. Das wäre dann jetzt der 1 cm, genau. Jetzt die 1,5 cm für die Höhe der Ritter-Sport-Mini. Auf 75, ja. Jetzt die 5,5 cm, da wo die Ritter-Sport dann reinkommt, das Innere der Schachtel. Und jetzt wieder die 1,5 cm für die Höhe. Und 1 cm für die Klebelasche. Ich weiß, das sieht jetzt noch nicht aus wie eine Box und sieht ziemlich wirr aus, aber wenn ihr das erstmal so habt, braucht ihr jetzt bloß noch an den Außenlinien oben. Also oben, das zeige ich euch gleich. Jetzt auf das Zeichenwerkzeug und dann fangen wir oben an. Und oben, wie eben schon gesagt, machen wir die äußeren Linien. Shift-Taste gedrückt halten. Warum, zeige ich euch später noch. Das werdet ihr dann am unteren Boxenrand sehen. So, oben machen wir jetzt außerhalb, also an den äußeren Hilfslinien. Und hier machen wir das jetzt schon an der inneren und dann wieder runter auch an der ganz inneren. Da geht es wieder außen lang gleich rüber. Jetzt kann ich mal schön die Shift-Taste halten. Immer wenn ihr wieder neu ansitzt, das Ganze erklärt sich so, wenn ihr die Shift-Taste haltet, springt diese Linie nur im 45-Grad-Winkel. So, genau. Und das heißt, ihr seid gerade die ganze Zeit. So, jetzt wieder rüber. Und hoch an der äußeren Linie. Weil diese Box hat ja so eine T-Form. So, das war's. Genau, müssen wir das Ganze noch einmal markieren. Am besten ihr macht das so, indem ihr das da drüber zieht. Dann einen verknüpften Fahrt erstellen. Warum man das jetzt da nicht zeigt, weiß ich nicht. Ihr macht das Fenster nicht auf. Ich hab's gesehen, ihr nicht. Verknüpften Fahrt erstellen. Dann geht ihr auf die Punktbearbeitung. Genau, und dann müsst ihr jeden roten Punkt einmal anklicken. Genau, wenn die Maus so einen schwarzen Kreis, bekommen wir jetzt. Jetzt, genau. Die roten Punkte werden dann grau. Und somit verbinden sich alle Linien, falls irgendwas nicht ganz so gerade war. Ne? Ihr seht, die werden alle grau. Und ob das Ganze funktioniert hat, können wir gleich kontrollieren. Genau, markieren. Aufs Füllwerkzeug. Aufs Füllwerkzeug. Aufs Füllwerkzeug. Die Box einfärben. Funktioniert super. Machen wir es wieder raus. So, und jetzt können wir anhand der Hilfslinien die Falzlinien machen. Da nehmen wir uns wieder das Zeichenwerkzeug. Gescheit wäre es jetzt gewesen, gleich auf die Falzlinien zu gehen. Jetzt hätten wir uns einen Schritt ersparen können. Das war mein Fehler. Also, einfach nur von oben nach unten runterziehen. Die müssen sich mit der Box nicht verbinden. Das ist ja in der Falzlinie. Die müssen ja nicht ganz geschlossen sein. Jetzt die noch und dann die unteren noch. Die dann alle zusammen markieren. Das macht man auch am besten, indem man rüberzieht. Passt auf, dass die Box nicht dabei ist. Dann könnt ihr da einfach die Falzlinie anklicken und schon habt ihr eine Falzlinie. Wenn ihr mehrere Sachen markieren wollt, Shift-Taste halten, dann markiert sich alles das, was ihr anklickt. So, jetzt habe ich es gruppiert. Das habt ihr wieder nicht gesehen. Ich habe erst die Falzlinie gruppiert und dann habe ich die Falzlinien mit der Box gruppiert. Dann habe ich mir ein Label geladen. Weil da soll das Sichtfenster rein. Das kann man sich auf die Größe ziehen, auf die man es möchte. Und zentrieren können wir es gleich. Genau, alles markieren. Dann gehen wir auf den Zentrieren-Button und gehen oben auf Zentriert ausrichten. Dann haben wir es schon mal links und rechts ausgerichtet. Um es jetzt oben und nach unten auch nochmal auszurichten, hätte ich jetzt eigentlich die ganzen Gruppierungen nochmal lösen müssen. Wollte ich nicht. Also habe ich es mir einfach so ein bisschen hingeschoben. So, habe dann alles wieder gruppiert, damit ich es dann zusammen verschieben kann. Jetzt schiebe ich es oben in die Ecke. Ich mache eigentlich nur Schneiderrandanzeigen. Druckrand brauchen wir nicht. Wir machen kein Print and Cut. Druckrand raus. Genau. Ne? Will nicht. Dann habe ich es mir nochmal kopiert, weil da passen zwei drauf. Einfach oben draufklicken, aufs Drehen, 180 Grad. Passen zwei Stück auf ein A4 Blatt und dann haben wir sogar unten noch ein bisschen Rest, das wir dann für andere Sachen verwenden können. Dann könnt ihr es ganz normal, wie ihr mit eurem Plotter schneidet, auf Schneiden gehen. Dann, was auch immer ihr nehmt. Ihr könnt es natürlich auch schon farbig machen. Also, Print and Cut ausdrucken. Ich habe hier Coverstock. Gemustertes Papier, 180 Gramm. Genau. Und dann wie gehabt, wie ihr das so schneidet. Falls ihr noch mehr Tutorials zu der Studio Software haben wollt, lasst mir doch ein Abo da und schreibt mir einen Kommentar. Und dann werden in regelmäßigen Abständen ein paar Tutorials dazu kommen. Danke, tschüss.